einen schönen guten morgen heute zu gast im autohaus müller mit unserem bvb unternehmer frühstück einmal im monat am letzten freitag ein leipziger traditionsunternehmen ist heute unser gastgeber autohaus müller ich freue mich mein name ist hans peter sprengler ich bin wirtschaftsprüfer und steuerberater bei bandsbach ich gehe immer sehr gern zu diesen unternehmer frühstücken weil ich neue leute kennenlerne und mich gut austauschen kann und meinen horizont erweitern kann hallo mein name ist christian ehlert ich bin verkaufsgleiter für firmen und tagungen bei uns im hotel kloster nimchen und endlich wieder hier in unserem schönen haus bmw müller hat uns eingeladen zum bvmw unternehmer treffen und wir können endlich wieder gespräche genießen also ein gutes frühstück und nach so möchten wir wieder gäste bei uns genießen können das heißt buchen sie bei uns und wir freuen uns auf jeglichen gastkontakt dankeschön ich möchte mich heute bedanken bei allen unternehmern die den weg zu uns gefunden haben es war eine sehr schöne veranstaltung wir haben sehr viel informationen rübergründen können ich denke das frühstück hat auch eingeschmeckt und die gespräche werden sehr gehaltvoll und wertvoll